Die Welt, sie ist nicht das, was wir zu sehen glauben. Bilder, Geruch, Geschmack. Unser Gehirn nimmt Informationen über die Sinnesorgane auf und interpretiert sie. So erleben wir die Welt. Selbst für unsere Gefühlswelt ist unser Gehirn verantwortlich. Auch unser Ich-Empfinden ist ein neurologischer Prozess. Kann es sein, dass das Gehirn unser Bild von der Welt, die Realität, selbst zusammensetzt? Prof. Wolf Singer vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung ist bekannt für seine provokanten Thesen. Er behauptet, schon der freie Wille ist nur eine Illusion. Ebenso wie die Vorstellung einer einheitlichen Realität. Inwieweit das Gehirn uns die Welt so präsentiert, wie sie tatsächlich ist, nur in sehr, sehr begrenzten Umfang. Dass dem so ist, sieht man sehr deutlich daran, dass wir aus dem riesigen Spektrum in prinzipiell verfügbarer Signale ganz enge Spektren ausschneiden. Aus dem Bereich der elektromagnetischen Wellen zum Beispiel, den Bereich zwischen 450 und 700 Nanometer Wellenlänge. Das ist das sichtbare Licht. Dann kümmern wir uns auch noch um die etwas benachbart liegenden längeren Wellenlängen, die wir als Wärme wahrnehmen. Aber für den Rest sind wir blind. Wir haben kein Sensorium für das ganze Spektrum. Das Gehirn blendet sogar offensichtliche Informationen aus, wie auf diesem Blatt, mit zwei Symbolen. Im Experiment bleibt ein Auge geschlossen, das andere fixiert das Kreuz. Nähern wir uns nun dem Blatt, verschwindet der Punkt plötzlich. Ursache dafür ist ein blinder Fleck auf der Netzhaut. Eine Stelle im Auge, die keine Signale empfängt, weil dort der Sehnerv in das Gehirn dringt. Eigentlich müssten wir die ganze Zeit zwei schwarze Punkte vor unseren Augen haben. Doch unser Gehirn rechnet diese Punkte in jeder Sekunde unseres Lebens weg. Die Magie der Täuschung beweist buchstäblich, wir können unseren Augen nicht trauen. Im Kernspin-Tomografen untersuchen Wissenschaftler, wie uns das Gehirn täuscht. Etwa das Phänomen der Scheinbewegungen. Das Sehsystem ist so programmiert, dass es Objektkonstanz annimmt. Also wenn es ein Objekt an der Stelle A entdeckt hat und das gleiche Objekt ist dann leicht versetzt an der Stelle B, dann konstruiert das Sehsystem eine Bewegung von A nach B, wenn dieser Wechsel schnell genug erfolgt, weil es annehmen muss, dass es sich um das gleiche Objekt handelt und nicht in der kurzen Zeit sich das Objekt gleich zweimal darbietet. Den Versuchspersonen werden zwei Quadrate gezeigt, die abwechselnd und versetzt auf einem Monitor aufleuchten. Währenddessen protokollieren die Forscher die aktiven Regionen des Gehirns. Obwohl die Augen keine Bewegung der beiden Quadrate erkennen, vermag das Gehirn diese Illusion zu erzeugen. Dabei werden auch Hirnregionen aktiviert, die an der optischen Wahrnehmung gar nicht beteiligt waren. Man muss sich immer bewusst sein, dass wir es sind, die festlegen, was ein Objekt ist. Dass wir es festlegen, in welchen Relationen die Objekte zueinander sich verhalten. Das sind alles sehr kreative, sehr konstruktivistische Leistungen. Und vieler dieser Leistungen sind wir uns nicht bewusst, sondern wir glauben, wir nehmen wahr, was da ist. Und erst wenn man das im Experiment dann deutlich macht, wird sichtbar, dass wir interpretiert haben. Nach einem Schlaganfall leiden einige Patienten oft an einem sogenannten Halbseiten-Neglikt. Als Folge essen sie beispielsweise nur von der rechten Hälfte ihres Tellers. Sie nehmen den linken Teil ihres Blickfeldes plötzlich nicht mehr wahr, obwohl ihre Augenfunktion völlig intakt ist. Für sie ist die linke Seite nicht länger existent, nicht Teil ihrer Realität. Was wir sehen, entscheiden also nicht die Augen. Unsere Sicht der Welt hängt vielmehr davon ab, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet und als wahr anerkennt. Wir werden nie erfahren, wie unsere Umgebung tatsächlich aussieht. Wir kennen nur jene Welt, die das Gehirn für uns permanent konstruiert. Doch was ist mit unserem eigenen Körper? Wenigstens der muss doch so beschaffen sein, wie wir ihn fühlen. Oder nicht? Drei Viertel aller Amputierten leiden an Phantomschmerzen. Sie spüren auch immer das nicht mehr vorhandene Körperteil. Und das oft unter chronischen Schmerzen. Viele dieser Patienten brauchen starke Schmerzmittel. Ein optischer Trick soll den Betroffenen helfen, die Medikamente zu reduzieren. Die Spiegeltherapie täuscht dem Gehirn vor, der fehlende Arm sei noch vorhanden. Christoph Meyer ist Professor für Schmerztherapie. Er nutzt den Mechanismus des Gehirns, um seinen Patienten eine größere Unabhängigkeit von Schmerzmedikamenten zu ermöglichen. Der Amputierte bekommt ja die Information erst mal dadurch, dass etwas wegfällt. Dann kommen aber noch für das Gehirn schwer zu interpretierende Restinformationen aus den verbleibenden Nervenstümpfen. Und das Gehirn versucht, das Körperbild wieder herzustellen, zu rekonstruieren. Dazu benutzt es unter anderem natürlich Erinnerungen. Und wenn diese Erinnerungen schmerzhaft sind, dann wird es besonders leicht benutzbar, weil Schmerzerinnerungen wiederum in der Hierarchie sehr hoch stehen. Und dann rekonstruiert das Gehirn nach einer Amputation das fehlende Körperglied über den Schmerz. Vielleicht ist der Ball ein bisschen rau. Und dann stellen Sie sich vor, dass der Ball sehr schwer ist. Sie spüren richtig das Gewicht des Balles. Spüren Sie richtig das Gewicht des Balles? Ja. Und den Ball einmal ein wenig anheben. Die Spiegelung des gesunden Armes. Und das Gewicht nachheben. Das Druckbild weckt im Gehirn die Erinnerung an den fehlenden Arm. Allmählich hört es auf, Schmerzsignale zu senden. Und nachgeben. Und noch einmal anheben. Man muss daran glauben, man muss sich in diesen fehlenden Arm, in dem Fall bei mir, muss man sich reinsteigen. Man muss ihn fühlen, man muss ihn sehen. Man sieht ihn zwar im Spiegel, aber man muss ihn auch gleichzeitig einfach nur im Kopf haben. Das heißt, man muss sich vorstellen, okay, ich sehe jedes einzelne Haar. Aber wie gesagt, nicht visuell, sondern ich muss mir das wirklich im Kopf vorstellen können. Das Gehirn kann unser Körpergefühl sogar auf Gegenstände übertragen. Bei der sogenannten Gummi-Hand-Illusion wird die Sicht auf den eigenen Arm verdeckt, während synchron eine künstliche Hand stimuliert wird. Unser visuelles System ist dominanter als das Gefühl und täuscht dadurch unsere Wahrnehmung. Wir wissen genau, dass es nicht unser Arm ist. Dennoch entwickeln wir nach kurzer Zeit das Gefühl, die vor uns liegende Hand sei ein Teil unseres Körpers. Unsere Körperwahrnehmung ist also nicht an unseren Körper gebunden. Wie kann ein solches Experiment funktionieren, wo ein Mensch das Gefühl hat, dass ein Hammerschlag auf eine Gummi-Hand ihn selber trifft? Das ist im Prinzip bei jeder Illusion so. Wir nutzen diese Illusion ja auch aus, zum Beispiel in der Spiegeltherapie von Patienten mit Phantomschmerzen, indem wir ihnen optisch die Illusion näher bringen, sie hätten wieder zwei Hände, zwei Füße. Und in dem Moment, wo ein Patient dann sieht, dass er eine Illusionshand bewegt, das ist im Grunde der gleiche Prozess, verschwimmen für ihn die Grenzen zwischen seiner Hand und der gelernten Hand. Denn wir haben ja ein Körperbild. Und wenn die Illusion so geschickt ist, dass sie in dieses Körperbild reinpasst, dann kann man sich dieser Illusion gar nicht so richtig entziehen. Das erinnert nichts daran, dass ein Mensch das genau weiß, dass das gar nicht er selbst ist. Zum Beispiel im Spiegel oder auch bei dem anderen Experiment. Durch elektrische Stimulation der Hirnoberfläche lassen sich an bestimmten Stellen des Körpers gezielt Bewegungen auslösen. Jedes Körperteil hat seine eigene Kontaktstelle im Gehirn. Diese Reizpunkte sind wie auf einer Landkarte angeordnet. Hirnforscher haben aus diesen Daten das Modell eines Menschen geschaffen. Sie übertrugen die Größenverhältnisse der Körper-Landkarte im Gehirn auf den menschlichen Körper. Das Ergebnis ist ein Homonkulus, der kleine Mann. Je größer seine einzelnen Körperteile dargestellt sind, umso mehr Nervenzellen sind im Gehirn dafür zuständig. Das Körperbild ist von Geburt an in unserem Gehirn angelegt. So können Kinder, die mit nur einem Arm zur Welt kamen, dennoch mithilfe ihres Phantom-Armes das Kopfrechnen erlernen. Im klinischen Alltag beobachten Mediziner viele Phänomene, die einzig das Gehirn erzeugt. Die Patienten haben ja nicht nur Phantom-Schmerzen, sie haben auch Phantom-Stellung. Sie wachen nachts auf und haben das Gefühl, der Ellbogen ist um 90 Grad in die falsche Richtung. Und sobald sie das merken, schreien sie manchmal auf, weil das tut richtig weh. Das heißt, hier ist eine Diskrepanz zwischen dem, was der Körper weiß, wie er reagiert, nämlich im Ellbogen nur eine Beugung machen zu können und nicht wie ein Kugelgelenk in alle Richtungen, wie eine Schulter, mit dem, was sie in dem Moment spüren. Dann gucken sie hin, sehen, das ist anders, aber es beruhigt sie nicht. Sie wissen, das ist nicht die Realität, aber das verstärkt noch dieses Schmerzgefühl. Durch gezielte Übungen kann man die eigene Körperwahrnehmung erheblich verbessern. Das Körpergefühl reagiert nicht auf die scheinbar objektive Realität. Es hängt allein davon ab, wie das Gehirn den Körper wahrnimmt. Dieser Umstand gibt Medizinern die Möglichkeit, unser Körpergefühl bei Bedarf zu manipulieren. Ich habe mal ein Selbstexperiment vor ein paar Wochen gemacht, wo mir eine halbe Hand betäubt worden ist. Das kann man relativ einfach machen und es war dann taub bis zum Oberarm hin. Und als meine Hand sozusagen langsam einschlief durch diese Betäubung, ich war ja völlig wach, hat jemand meine Hand so hoch gehalten. Danach wurde sie natürlich, als sie taub war, runtergelegt. Dann haben wir EEG-Messungen und unsere Experimente gemacht. Und ich habe die ganze Zeit unter einer Haube gelegen für die Elektroentzellatographie. Und in dieser ganzen Zeit war ich felsenfest überzeugt, dass die Hand hochschwebt. Und ich habe immer runtergeguckt und sah natürlich, die liegt ja unten. Ich brauchte bloß die Augen zu schließen und schon hatte ich ein absolut plastisches, durch keine irgendwelche Störung beeinträchtigtes Bild, dass diese Hand schwebt so hoch, wie sie war, als ich sie gerade noch gefühlt habe. Das heißt, meine Erinnerung war stärker als mein Wissen, dass die Hand hoch abgelegt ist. Wenn ich hinguckte, war die Illusion sofort weg. Da haben sie so ein Beispiel dafür, dass sich das Gehirn eine Illusion schafft, dass wir aber Mechanismen haben, diese Illusion zu kontrollieren. Scheinbar paradox. Ähnlich wie es uns manipuliert, können wir das Gehirn in die Irre führen. Nicht nur bei der Behandlung von Schmerzen machen Mediziner inzwischen von dieser Möglichkeit Gebrauch. Im OP-Alltag der Universitätsklinik Lüttich nutzen Ärzte und Neurowissenschaftler schon lange die immense Kraft des Gehirns. Seit mehreren Jahren wenden sie die Methode der Hypnosedation an. Und Sie sind gelaufen, ja? Ja. Und war das Wetter schön? Viel Regen, wenig Sonne. Wenn Sie spazieren gehen, was ist da wichtig für Sie? Was Sie anschauen, was Sie hören oder was Sie beobachten? Haben Sie vom Pariser Leben was mitbekommen? Nichts vom Nachtleben, wir waren zu müde, um zu laufen. Patienten, die eine Vollnarkose ablehnen, erhalten stattdessen nur eine homöopathische Dosis. Danach versetzen sie sich mit Hilfe der Anästhesistin in eine hypnotische Trance. Marie-Elisabeth Femontville setzt auf die Selbstheilungskräfte des Menschen. Die Professorin erforscht seit längerem, was unter Hypnose im Gehirn passiert. Der Hypnose-Zustand ist ein spezieller Bewusstseinszustand. Die Person, sie versetzt sich selbst in diesen Zustand. Und wenn sie in den Zustand hineingeglitten ist, dann erfährt sie ein anderes Verhältnis mit sich selbst und mit der Umwelt. Und auch ihre Art und Weise, wie sie Suggestionen aufnimmt, verändert sich komplett. Und sie hat nicht mehr die gleiche Möglichkeit, die Situation zu analysieren und auch die Möglichkeit, etwas zu beurteilen, ist komplett verändert in dieser Situation. Die Muskeln entspannen sich in einer Art, wie manche es beim Tanzen empfinden. Du fühlst dich wohl. Vielleicht wie in manchen Momenten, interessanten Momenten für dich. Wir werden uns setzen. Vielleicht kannst du es spüren, wie die Temperatur etwas anders auf der einen Seite ist, um dich wirklich gemütlich zu fühlen. Sehr gut. Perfekt. Verarbeitet das Gehirn Schmerzen und der Hypnose anders als im Wachzustand. In verschiedenen Untersuchungen versetzt Professor Fermontville Patienten in eine hypnotische Trance. Ein Laserstrahl auf dem Handrücken gibt den Probanden verschiedene Schmerzreize. Über eine Tastatur bewerten sie die jeweilige Intensität. Währenddessen gibt die Hirnaktivität der Testpersonen eine eindeutige Auskunft. Die Messungen belegen, im normalen Zustand sind viele Regionen des Gehirns aktiv. Unter Hypnose deutlich weniger. Es ist möglich, in Studien zu zeigen, dass man den Schmerz unter Hypnose runterkriegt. Aber man kann auch Experimente machen, wo man zum Beispiel einer Person ein 5-Franken-Stück auf den Vorderarm legt und sagt, es wäre heiß. In Wirklichkeit ist es nicht heiß. Und das ganze Schmerz-Nex ist aktiviert. Also haben wir die Möglichkeit, im Gehirn den Schmerz runterzusetzen und auch den Schmerz raufzusetzen. Das ist ein sehr komplexes Phänomen, der Schmerz. Vielleicht der Ort, an dem Sie gerne einen schönen Moment mit sich selbst verbringen möchten. Vielleicht sehen Sie Farben, wie Sie sie am Himmel beobachten, sei es bei Nacht oder bei Tag. In den letzten 15 Jahren haben Professor Fainonville und ihre Kollegen mehr als 6000 Patienten eine Vollnarkose erspart. Stattdessen kommt der Patient in einen Trance-Zustand, in dem er von seiner Umwelt, dem Skalpell, den Nadeln, dem zertrennten Gewebe, nichts mitbekommt. Bei diesem Eingriff wird eine Schilddrüse entfernt. Unter Hypnose reduzieren sich zudem die Komplikationen, was auch die Behandlungskosten senkt. Die Patienten bekommen seltene Entzündungen und erholen sich schneller. Und Sie bleiben bei Bewusstsein. Schon kurz nach der 90-minütigen OP ist die Patientin wieder ansprechbar. Es ist noch etwas frisch hier, finden Sie nicht? Nein, ich habe Durst. Immer noch? Ich habe Durst. Doch, Schmerzen manchmal. Aber als ich die Augenbrauen hochgezogen habe, haben Sie mich nochmal betäubt. Alles ist gut gelaufen. Hypnose ist ein natürlicher Zustand. Jeder kann hypnotisiert werden. Allerdings muss er es wollen. Sie können niemanden hypnotisieren, der sich dagegen sperrt. Wenn Sie etwa beim Autofahren in Gedanken versinken, ist das bereits ein Hypnosezustand. Wir nutzen diese Fähigkeit des Gehirns eben für Operationen. Wie das Gehirn diese selektive Konzentration erreicht und warum es dabei offenbar das kritische Urteilsvermögen aushebelt, bleibt bis jetzt ein Rätsel. Wir alle kennen das Phänomen des Tagtraums. Das Gehirn ist im Extremfall imstande, unser Körpergefühl zu verändern. Ja sogar auf fantastische Weise das eigene Ich-Gefühl zu vergessen. So können wir Welten erleben, die uns im Wachzustand verwehrt bleiben. Die Vorstellungskraft verändert die Gehirnaktivität und lässt uns einen anderen Bewusstseinszustand erreichen. Eine andere Realität erleben. Für eine gewisse Zeit. Könnte es nicht vielleicht sogar möglich sein, unseren physischen Körper zu verlassen, wenn doch die gesamte Wahrnehmung einzig vom Gehirn bestimmt wird? Der Neurophilosoph Thomas Metzinger stellt das herkömmliche Verständnis von Realität in Frage. Das Selbst, das wir als real empfinden. Auch unser Ich sei nur eine Art virtuelle Realität, die wir sie inzwischen aus computergenerierten Welten kennen. Was viele Leute in der Gegenwart erst langsam zu verstehen beginnen, ist, dass das phänomenale Bewusstsein, das subjektive Erleben, dessen wir uns erfreuen, natürlich so etwas wie eine virtuelle Realität ist. Und jetzt, wo wir verstärkt in virtuelle Realitäten vordringen, in simulierte Welten, wird es auch für Orthonormalverbraucher intuitiver und verständlicher, was sich aus der modernen Hirnforschung ergibt. Nämlich, dass die Inhalte meines bewussten Erlebens die Inhalte einer Online-Simulation sind. Das bewusste Erleben, nur eine Simulation, erlebt in unserem Gehirn? Eine Kamera filmt die Versuchsperson von hinten. Zeitgleich wird dieses Bild auf eine Videobrille übertragen. Die räumliche Einheit von Körper und selbst scheint sich aufzulösen. Nach einer Weile haben die Versuchspersonen das Gefühl, der virtuelle Körper sei ihr eigener. Das Experiment von Professor Metzinger und Neurowissenschaftlern aus Lausanne stellt unser gängiges Selbstmodell in Frage. Trotzdem muss man ganz deutlich sagen, dass das, was wir erzeugt haben, zwar das Erleben des eigenen Selbst als außerhalb der Grenzen des physischen Körpers ist, dass es aber nicht die klassische, spontane Out-of-Body-Experience ist, die außerkörperliche Erfahrung. Denn es sind genau genommen nur zwei Sinnesmodalitäten involviert, das Sehen und das Fühlen. Es gibt aber noch andere Sinne, zum Beispiel der Gleichgewichtssinn oder die Interozeption ihrer Bauchgefühle. Und diese Gefühle bleiben in Anführungsstrichen sozusagen zurück im physischen Körper. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kybernetik fanden heraus, dass aktives Verhalten eines der Geheimnisse ist, um eine virtuelle Welt als real zu empfinden. Unser Gehirn scheint mühelos in der Lage, sich verschiedenen Welten anzupassen. Für die Wirkung virtueller Realitäten beginnt sich die Neurowissenschaft zunehmend zu interessieren. Gehirn scheint mühörisch. Am Neuropsychologischen Institut in Zürich untersuchen Forscher die Reaktion des Gehirns auf virtuelle Welten. Die Testpersonen werden in eine künstliche Erlebniswelt versetzt, eine sogenannte Präsenzempfindung. Nach einer Weile empfinden sie die Projektion als real. Obwohl sie sehr genau wissen, dass es nur eine virtuelle Erfahrung ist. Der Hirnforscher Lutz Jänke untersucht, wie unser Gehirn zwischen echter und virtueller Realität unterscheidet. Welche Hirnregionen dafür verantwortlich sind, zeigen die Ergebnisse seiner Studien. Die zeigen ziemlich deutlich, dass eine ganz bestimmte Hirnstruktur als obere Kontrollinstanz wirksam wird. Und das ist dieses Stirnhirn. Wir nennen das in der Fachsprache auch den dorsalen Prämotorkortis. Der liegt ungefähr so hier, wo ich meine Hände jetzt draufhalte. Und diese Struktur ist so ein bekanntes Regulationssystem. Diese Struktur regelt quasi von Top nach Down Informationen, die von Bottom nach Ab laufen. Und von Bottom, also von unten nach oben, laufen so unbewusst automatisch ausgelöste Gefühle. Zum Beispiel, wenn sie so Lustempfindungen haben, die entwickeln sich quasi von unten nach oben und gelangen dann so in das Gehirn. Und wenn sie nicht von oben kontrolliert werden, entfalten sie sich völlig frei. Wir haben also sehr schön zeigen können, dass diese Presence-Empfindungen, zum Beispiel in dieser Rollercoaster-Umgebung, kontrolliert werden von dem dorsalen Frontalkortix. Die jeweilige Umgebung wird also im Stirnhirn mit unseren abgespeicherten Informationen verglichen. Stimmen unsere Erfahrungen weitestgehend mit der virtuellen Welt überein, akzeptiert das Gehirn diese praktisch als Realität. Für das Gehirn macht es offenbar keinen großen Unterschied, ob wir uns in einer realen oder in einer virtuellen Umgebung befinden. Zumindest bis zu einem gewissen Alter. Dieser dorsale Frontalkortix reift sehr spät, und zwar anatomisch. Das heißt, diese Struktur, das wissen wir auch seit ungefähr erst drei oder vier Jahren, reift ungefähr bis zum 17., bei manchen sogar bis in das 20. Lebensjahr. Das heißt, der ist anatomisch noch gar nicht in der Lage, oder der hat noch nicht die anatomische Voraussetzung, perfekt als Kontrollorgan zu funktionieren. Und wir sehen das auch bei Kindern. Je jünger die Kinder sind, sagen wir mal acht bis zehn Jahre alte Kinder, bei denen sehen wir kaum Aktivitäten hier im Frontalkortix, also in diesem dorsalen Stirnhirn. Die Kinder sind quasi diesen virtuellen Welten, könnte man sagen, aus Entwicklungsbedingungen und anatomischen Bedingungen ungeschützt ausgesetzt. Gerade Kinder sind durch virtuelle Welten wie Fernsehen, Internet oder Computerspiele leicht manipulierbar. Sie können sogar ihre emotionale Entwicklung gefährden. Künstliche Realität birgt aber auch positives Potenzial. Beispiel Flugangst. Wie sah denn diese Panik aus, die Sie da erlebt haben bei diesem ersten Flug? War sie da mit starkem Herzrasen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Dass das Flugzeug abstürzen könnte, oder dass es eben wieder solche schlimmen Turbulenzen sein könnten, wie ich sie schon mal erlebt habe. Und dann kann ich nicht raus und bin eingesperrt und bin der Situation ausgeliefert. An der Würzburger Hochschulambulanz für Psychotherapie bereitet der Psychologe Andreas Mühlberger eine Patientin auf eine ungewöhnliche Behandlung vor. Es geht ins Unendliche hinein und geht nicht zurück. Virtuelle Realität in der neuropsychologischen Therapie. Liebe Fluggäste, wir bitten Sie nun um Ihre ganz besondere Aufmerksamkeit, denn wir möchten Sie mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut machen. Die Patientin wird mit ihrer größten Angstvorstellung konfrontiert. Führen Sie die beiden Go-Teile zusammen und ziehen Sie diese dann fest. Obwohl sie weiß, dass sie in einem Flugsimulator sitzt, empfindet sie ihre Angst fast so real wie in einem echten Flugzeug. Stellen Sie bitte die Rückenlehnen Ihrer Sitze senkrecht und klappen Sie die Tische zurück. Falls Sie an Bord ein elektronisches Gerät benutzen möchten, schalten Sie dieses bitte zu Start und zur Landung aus. Möchten Sie mal aus dem Fenster gucken? Vielleicht möchten Sie mal gucken, wer noch sonst im Flugzeug sitzt? Liebe Fluggäste, wir durch Fliegengrad ein Gebiet örtlicher Turbulenzen und deshalb möchten wir Sie jetzt auch bitten, zu Ihren Plätzen zurückzukehren und Ihre Sicherheitsgurde. Möchten Sie das? Nicht sehr. Nicht sehr. Verändert sich Ihre Angst? Spüren Sie Veränderungen? Passiert da was bei Ihnen jetzt? Spüren Sie was? Seht ihr Angst hoch oder spüren Sie schon schwitzige Hände? Schwitzige Hände, unangenehmes Gefühl im Magen. Unser Gehirn greift auf vorhandene Informationen zurück. Es empfindet die Bewegungen, Geräusche und Bilder als ausreichend authentisch, um mit echten Erinnerungen übereinzustimmen. Also reagiert es ähnlich wie in der Realität. Die sind alle gleich unangenehm. Alle gleich unangenehm. Ja. Liebe Fluggäste, wir beginnen jetzt unseren Anflug. Und bitten Sie nun, sich wieder anzuschneiden. Untersuchungen belegen, dass die bei Angst aktiven Hirnregionen nach der Therapie kaum noch Aktivität zeigen. Alle elektronischen Geräte auszuschalten. Tatsächlich empfinden die meisten Patienten eine Erleichterung und entscheiden sich, wieder zu fliegen. Auch die Angst vor Spinnen, großer Höhe oder geschlossenen Räumen wird auf diese Weise bereits erfolgreich behandelt. Die Reaktionsweise des Gehirns auf virtuelle Welten bietet scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten. Virtuelle Realitäten wie die Second Life Welt stossen jedoch in eine neue Dimension vor. Das emotionale Selbst wird virtuell. Bei Studien am Neuropsychologischen Institut in Zürich zeigen Testpersonen in Interaktion mit Avataren ähnliche körperliche Reaktionen wie gegenüber echten Menschen. Erscheinen die programmierten virtuellen Zuhörer gelangweilt, reagieren die Redner verunsichert. Schweißbildung und Pulsschlag erhöhen sich. Meine Hobbys sind Velo fahren, Wandern und Fahnen. Dagegen wächst das Selbstbewusstsein der Probanden, wenn die Avatare sichtlich aufmerksam dargestellt sind. Der Herzschlag beruhigt sich, die Konzentration steigt an. Wieder einmal wissen die Probanden ganz genau, dass ihre Gegenüber Computergeschöpfe sind. Doch die unterbewusste Reaktion scheint das Bewusstsein zu unterwandern. Wie manipulierbar ist unsere Wahrnehmung von Realität? Die Interpretation der virtuellen Realität wie auch der Realität ist ein Mechanismus, der eine ganze Menge psychologische Prozesse benötigt, die quasi automatisch ablaufen. Im Grunde genommen müssen wir uns vorstellen, dass unser Gehirn so automatische Interpretationsprozesse und Handlungskontrollprozesse ständig generiert, die derartig stark sind, dass in der Parallelwelt die in der Parallelwelt mittelaufende Bewusstheit und bewusste Kontrolle gar keinen richtigen Einfluss hat. Aber das Interessante ist, unser Gehirn versucht uns ständig klar werden zu lassen, dass diese Parallelwelt des Bewusstseins, der Initiator der ganzen Prozesse sei, aber eigentlich ist das eine Illusion. Das Gehirn erzeugt aus allen Erfahrungen mit unserem Körper und unserer Umwelt ein Ich, ein bewusstes Sein. Was wir als Ich bezeichnen, ist das Zentrum unserer Wahrnehmung. Doch dieses Ich erscheint als keine dauerhafte Erscheinung, sondern als ein fortlaufender Prozess. Ist persönliche Realität also ein formbarer Bewusstseinszustand? Das Bender-Institut in Gießen befasst sich mit der Wirkung von Meditation. Die Studenten lernen unter anderem, wie sich mit meditativen Techniken ein Bewusstseinszustand verändern lässt. Studien der letzten Jahre stützen die These, dass disziplinierte Meditation deutliche strukturelle Veränderungen im Gehirn bewirken kann. Es gibt viele verschiedene Meditationsformen. Fest steht, dass all diese Techniken zu einer Entfernung vom Alltagsbewusstsein führen können. Konzeptionen, Erinnerungen. Und im Idealfall in einen neuen Zustand der Wahrnehmung. Der Psychologe Ulrich Ott sieht darin eine Chance, die Begrenztheit unserer eigenen Sicht von Realität zu begreifen. Normalerweise ist es uns nicht bewusst, wie sehr unser subjektives Erleben, also das, wie wir die Welt erfahren, abhängt davon, dass unser Gehirn in einer bestimmten Weise funktioniert. Und umgekehrt bedeutet es aber auch, dass wenn wir unser Gehirn verändern, auch die Realität sich verändert. Und es scheint so, dass die Meditation in der Lage ist, veränderte Bewusstseinszustände herbeizuführen. Und die Meditationsthechniken genau dazu in der Lage sind, diese Veränderungen in der Funktionsweise unseres Gehirns herbeizuführen. Das ist für die Neurowissenschaft natürlich sehr interessant, wenn man Interventionen hat oder Übungen hat, die nachweislich im Gehirn Veränderungen bewirken. Und dann zu schauen, was sind die entsprechenden subjektiven Veränderungen. Otts erforscht das Phänomen mit erfahrenen Meditierenden. Was passiert in ihrem Gehirn während der Meditation? Sie zeigen zum Teil außergewöhnliche Leistungen. Untersuchungen lassen eine starke Konzentrations- und emotionale Kontrollfähigkeit erkennen. Während der Meditation werden in weiten Teilen des Gehirns hohe Frequenzen gemessen, wie sie sonst nur für kurze Zeit in einzelnen Bereichen bestehen. Im gesamten Gehirn scheinen Nervenzellen untereinander zu kommunizieren. Selektierte und nur einzelne Aspekte der Realität werden nicht hervorgehoben. Bewertet das Gehirn in diesem Zustand alle Informationen gleichwertig? Wenn man eine tiefgehende Erfahrung hat in der Meditation, kommt er heraus, dann ist man mehr bei sich einerseits, aber auch viel offen für andere. Das heißt, man hat so das Gefühl, auch wenn man dann unter Menschen kommt wieder, nachdem man zurückgezogen war, man schaut den Leuten direkt ins Herz, quasi durch die Augen in die Seele hinein. Und das ist halt für mich immer so die Nagelprobe, dass ich sage, jetzt ist die Meditation tief gewesen und sie hat geöffnet. Sie öffnet das Bewusstsein gegenüber der Umwelt. Und die ganzen Schubladen und Filter, die uns die Welt einordnen, sehr schön, und die Bewertungen, die wir allen beilegen, die sind dann wie weggeblasen. Man hat dann einen direkteren, frischen Zugang eigentlich zu dem, was ist. Die Welt erscheint unscharf. Immer wieder konstruiert das Gehirn daraus eine für uns greifbare Realität. Doch sie ist nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit. In mystischen Traditionen dient Meditation dazu, Erkenntnisse über die wahre Natur der Wirklichkeit zu erlangen. Der Welt, wie sie wirklich ist. Eine mystische Erfahrung ist eine vollkommene Wahrnehmungsveränderung. Das heißt, da, wo vorher ein Ich war, eine Außenwelt, ist auf einmal eins, also alles ist eins, ist quasi die Zentralaussage der Mystiker. Das Zeitgefühl geht abhanden, kommt abhanden. Und die Meditierenden oder auch die Mystiker berichten, es sei wie ein Vorgang des Erwachens. Das heißt, ohne es zu wissen, schlafen wir im Prinzip in unserem normalen Bewusstseinszustand. Und dieses mystische Erwachen wird es ja auch manchmal so bezeichnet. Und der Buddha ist ja auch der Erwachte. Das ist ein Wechsel, wo man auf einmal die Welt mit anderen Augen wahrnimmt. Also viel tiefer erkennt. Und auch sozusagen den Urgrund der Wirklichkeit, das Gefühl hat, diesen Urgrund der Wirklichkeit zu erfahren. Liegt die wahre Wirklichkeit hinter der sichtbaren Realität? Wir glauben, die Welt ist das, was wir sehen. Doch unser Gehirn zeigt uns lediglich eine individuelle Abbildung der Welt, eine Orientierungskarte, nur eine von vielen möglichen Realitäten. Genauso wie ich für mich annehmen muss, dass das, was ich hier wahrnehme, anders wahrgenommen werden kann, ist das auch für den anderen der Fall. Es braucht eigentlich nicht furchtbar viel. Weil Menschen in der Regel annehmen, das, was sie wahrnehmen, sei so. Und man muss da einen langen Prozess durchlaufen, um sich davon zu überzeugen, dass das überhaupt nicht so sein muss. In Zukunft werden reale und künstliche Welten immer weiter miteinander verschmelzen. Laufen wir Gefahr, uns im Virtuellen zu verlieren? Es ist möglich, die eigene Realität besser zu verstehen und sie zu verändern. Die Realität besser zu verstehen,